Ja guten Tag, wir spielen heute mal ein neues Spiel, ist aktuell noch gratis The Awesome Adventures of Captain Spirit Ja, das ist von Square Enix und die haben ja auch Life is Strange entwickelt und die fand ich eigentlich die beiden Spiele ziemlich cool, also den ersten und den zweiten Teil und da ist jetzt eben so, geht es um einen Jungen Das ist noch umsonst als Demo, ich weiß nicht ob das noch als Vorwesung kommt Wir drücken jetzt einfach irgendeine Testung Aha, just hier den Gamma Cursor bis das letzte Logo kaum noch sichtbar ist Stell sicher, dass es dein Bildschirm ist, bevor du das Gamma anpasst Das machen wir jetzt auch mal ganz kurz So, das haben wir jetzt auch gemacht Willkommen bei die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit Okay, jetzt haben sie das auf Deutsch, steht das hier und hier links oben auf Englisch Square Enix möchte dein Spielergebnis so gut wie möglich an deine Bedürfnisse anpassen und Daten über dein Spielverhalten sammeln, um auch weiterhin ein großartiges Spieleleben zu garantieren Du kannst deine Meinung jederzeit ändern oder deine Einstellung im Square Enix Menü anpassen Stimmst du dem Sammeln von Daten bezüglich deinem Spielverhalten zu? Nö Da wollen wir natürlich nicht Wie man spielt Wie heißt sie, bewege die Kamera mit Okay Halte Shift, um zu rennen Benutze meine Aktionen bewegen Okay, alles klar, haben wir jetzt auch gelernt Wie wir was steuern können So, und wir starten jetzt einfach mal Ein neues Spiel So Und wir starten jetzt einfach mal Und wir starten jetzt einfach mal Und wir starten jetzt einfach mal But I don't know where to begin, again I lost my strength completely Oh, be near me, tired old mare, with a wind in your hair Okay What is this planet? I don't know, we've never been here before Maybe we're on the edge of the universe Hey, cool, let's see if we can find some aliens Hey, the ground is moving, the planet's gonna eat us We have to get back to the ship right now Then let's get the heck out of here Oh no, the control panel is not working We're stuck in the middle of nowhere Hold on, let me just give you a hand Oh, it's magic It's a miracle No, it's just me, Captain Spirit You can bend all matter to his will I did it I still got the power Now I just need to make a cool costume for Captain Spirit I'm glad I have a cool cape to fly Good thing I have one Mask or no mask? Secret identity or not? Hmm Hmm Huh Mask, right? Hmm Maybe Look glaub das sieht ganz cool aus so leichte oder schwere rüstung hat super mann ist eigentlich eher leichte rüstung ein sogar besser als schwere weil schwerer stößt man zusammen immer leichte rüstung schwierig also klar so einen dunklen super helden ist auch mal cool auf farmfroh sie natürlich dunkel dunkel ist schon besser sieht irgendwie düsterer aus immer dunklen beware manchroyd watch out captain spirit is ready for battle ich kann jetzt alles was ich möchte ok oder machen ich kann eine Trainingssession mit meiner Macht machen ich bin so glücklich, dass ich schon in meinem Händelschirm habe er ist sehr gut, und er mag meine Storien sorry, sie sind zu süß, aber der schreckliche Schmerz ist sehr in der Wilde jetzt muss ich den zweiten Teil der Mathematik jeder Super-Hero-Team braucht ein Super-Villain-Team ja, ein Super-Schurken-Team sehr interessant ansehen, das haben wir gerade uns angesehen Tattoo es ist Zeit für mein secret-Tattoo nur mein Team wird wissen, was es bedeutet oh Mann, ich wollte da gehen aber Vater musste die Spielzeuge sehen ok Super-Comic-Store, Dezember ja also, 1. und 2. Dezember bedeutet ja aber wir sollen wieder so ein QR-Code keine Ahnung, was das bedeutet keine Ahnung, was das bedeutet probieren wir mal einfach aus, ne warte mal, ich mach mir alles mal kurz und groß A Wreck called may make a good horse ja, das steht da drin auf jeden Fall immer interessant mit diesem QR-Code zu spielen haha Machen wir lesen Super-Comic-Laden, Spielzeug-Comics und Spiele Angebot, 10-50% Rabatt Super-Comic-Laden 11th 8th Eugen Oregon 97401 1-2nd Dezember also Dezember Super-Comics at Super für weitere Details www.supercomics.super ja vielleicht gibt ihr die Seite auch in echt so ah Waffen, Waffen haben wir auch mhm Captain Spirit braucht keine Waffen ok ok nur für Notfallwaffen oh Powerbier End Spiel machen wir mal You can't win this battle, Noctarius It's already over, Powerbier Don't let Mantoid control you Nobody controls me Mantoid is my leader and he wants you to die wha give up now we don't have to fight you're not the boss of me Powerbier ähm schließt ihr unsere Team an you have amazing powers why don't you join our team join Captain Spirit are you serious he's my enemy only because Mantroid brainwashed you you can help the world with us liar where were you and Captain Spirit when Mantroid saved my life huh, good guy it's to me leid äh alte Mut shut up how many times do you like to stop you until you do stop me I can't I can't Captain Spirit Captain Spirit Please come to my aid I can't the feet noctarius on my own I can't the feet Captain Spirit I can't ihn vernichten ihn freilassen er ist immer nett er release some power bear oh yeah Captain Spirit's got your back loser he decided to spare you that's a real hero now go back to your master ja thank you for keeping me from the dark side captain so frühstück frühstück äh sagen wir mal ok ok dad adventskalender ich hoffe mal oh jetzt noch jede menge comics mom mom bought me so many cool comic books she told me never throw them away i won't so day for days hmm this is a perfect day to watch frozen last time dad told me not to sing along so loud ok walkie talkie this is chris to the flying fortress come in come in roger i'm here i hope so sky pirate what do you see up there have you spotted snowmancer not yet it's hard because of the storm this is perfect cover for a snowmancer sneak attack eye sharp keep me posted yes sir roger then thanks sky pirate over and out i know you're out there snowmancer ok ok chris i need now ehhh ja ich komme schon i know i'm coming when he i 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 ihr h j rufe li ist der trinkt schon am morgen russlitz und energie trink ich expecte waffel das ist gut aus mit hohen you can live better der mann Ähm, du trinkst. Also, Vater, was ist der große Plan für heute? Äh, große Spielplan. Auch wenn wir wahrscheinlich wieder verlieren, müssen wir diesen Trainer weg. Heute wohnen wir. Ja, das ist der fucking Spirit. Entschuldigung. Nicht weinen, okay? Ich nicht. Superhörer sind nicht weinen. Sieht so aus dem Team. Nee, du bist cool. Like a rebel. Hey, is your arm okay? Looks better. Ähm. Es ist okay. Ähm. Es ist okay. Ich bin immer glücklich für Weihnachten. 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 Oh, dann Santa muss ich einen neuen Job. Es muss ein Konsole sein. Basketball kostet 10 Dollar. Okay. Oh, so ist es Saturday? Are we gonna get a Christmas tree? You said we could get a real pine. Yes, I did. And yes, we are. But I just want to watch the game before we go, okay? But you always fall asleep. I won't today. If I do, just wake me up and we'll go. Promise. Okay. You promise? I do. Now go take advantage of your weekend. Perfect weather outside for you to play. Whatever. You're free. Come grab me later. Oh. Der Vater trinkt wohl noch was anderes als Bier. gleichschen. OK. Oh yeah just a start in.